Wir wollen dir nicht wütun oder dich töten, aber wir sind jederzeit bereit, es zu tun. Verstanden? Du denkst zu viel nach. Engst nach darüber, ob wir alles richtig machen. Wir ziehen es durch. Wir ziehen es durch. Wir brauchen die E-Mail-Adresse von deinem Vater. Vier Millionen, kannst du dir das vorstellen? Nicht wirklich. Wir werden dir gleich den linken Kleinfinger oberhalb des Mittelgelenks amputieren. Reicher Vater, weiblich, jung, einzig. Sie haben eine gute Wahl. Ja. Niemand wird dir schämen, niemand wird dir helfen. Wir sind jetzt deine einzigen Freunde. Mach mir sofort los und er schießt dich. Ich will nichts haben. Ja, komm. Warum lügst du? Sag mir, dass wir ehrlich zu Männer sind. Wie kommen wir jetzt hier raus? Egal, wie gut man sich auf etwas vorbereitet, es kann immer anders kommen, als man erwartet. Ihr liegt nicht. Wie kommt es? Wie kommt es? Was?